Hallo und herzlich willkommen bei musix.tv. Heute zeigen wir euch die neue Fame-Bass-Serie, die TNT Subwoofer. Bevor wir zu den Leistungsdaten der Subwoofer kommen, stelle ich euch nun einmal das Gehäuse am Beispiel des 15 Zellers vor. Wie ihr seht, haben wir an der Front ein großes Schutzgitter sowie einen Luftauslass für die Bassreflex-Systeme. An den Seiten haben wir sehr robuste Tragegriffe, die in das Holz eingelassen sind. Auf der Oberseite des Subwoofers finden wir eine Distanzstangenaufnahme. Hierbei ist zu beachten, dass diese für 35 mm Distanzstangen geeignet ist. Wie bereits erwähnt, gibt es die TNT Subwoofer in zwei Ausführungen. Wir haben den 15 Zöller und den 18 Zöller. Zunächst erzähle ich euch mal was über die Leistungseigenschaften des 15 Zöllers. Der 15 Zoll Subwoofer hat eine Leistung von 220 Watt und einen Frequenzgang von 80 bis 200 Hertz bei einem maximalen Schallpegel von 120 Dezibel. Die 18 Zoll Variante hingegen hat eine Leistung von 250 Watt bei einem Frequenzgang von 35 bis 200 Hertz. Wir kommen also tiefer. Der maximale Schalldruck des 18 Zöllers liegt dabei bei 122 Dezibel. Kommen wir nun zum Herzstück der Subwoofer, der Rückseite. Hier findet ihr sämtliche Anzeigen und Ansteuerungsmöglichkeiten. So finden wir hier zum Beispiel drei LEDs, die beschreiben, ob wir im Peak oder im Limit sind, ob wir Signalanliegen haben und ob wir die Stromversorgung eingestaltet haben. Des Weiteren finden wir zwei Potis, mit denen wir zum einen die Lautstärke des Subwoofers regeln können und zum anderen können wir hier die Frequenzweiche für aktive Top-Teile bedienen. Der Anschluss an den Subwoofer erfolgt über diese beiden Buchsen. Wir haben zum einen einen Line-In. Dieser kann über ein XLR oder ein Klinkenkabel vorgenommen werden, da wir eine Kombibuchse haben und wir haben einen Line-Ausgang mit einem XLR-Ausgang. Die TNT Subwoofer sind ab sofort lieferbar und sowohl bei uns im Laden als auch in unserem Online-Shop verfügbar. Wenn ihr weitere Informationen dazu haben wollt, geht doch einfach auf unsere Webseite www.musicstore.de. Da findet ihr alle Eigenschaften auch nochmal aufgelistet. Abschließend bleibt zu sagen, dass die Fame TNT Subwoofer unfassbar viel Bass zu unfassbar kleinem Preis bieten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.